Wenn du Künstler oder Publizist bist, dann hast du in Deutschland die Möglichkeit, bei deiner Sozialversicherung zu sparen. Und zwar mit der Künstlersozialkasse. Und in diesem Video schauen wir uns einfach mal ganz genau an, was du als Künstler in Deutschland über die Künstlersozialkasse wissen solltest und wobei sie dir genauer hilft. Die Künstlersozialkasse lässt sich so ein kleines bisschen vergleichen mit einem Arbeitgeber. Und um diesen Vergleich zu erklären, muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, wenn du angestellt bist, dann zahlst du im Rahmen deiner Gehalts- und Lohnabrechnungen ja für die Rentenversicherung, für die Krankenversicherung und für die Pflegeversicherung. Und das sind so die Abzüge, die Sozialversicherungsabzüge, die du auch auf deiner Gehaltsabrechnung siehst. Was viele Leute aber gar nicht wissen, ist, dass das nicht alles ist. Denn der Arbeitgeber zahlt ungefähr die Hälfte oder genau das, was da abgezogen wird, noch einmal on top für dich. Und das siehst du nicht. Das siehst du wie in deinem Arbeitsvertrag, das siehst du auch nicht in deinen Gehaltsabrechnungen. Ganz viele Selbstständige sehen das das erste Mal, wenn sie sich selbstständig machen. Weil als Selbstständiger hat man keinen Arbeitgeber und als Selbstständiger muss man nicht nur 50% der Beiträge zahlen, sondern 100%. Und das ist auch der Grund, warum die Sozialversicherung, allen voran die Krankenversicherung, erstmal für Neugründer wahnsinnig auch gefährlich sind, weil die Beiträge so überraschend hoch sind. Weil man gefühlt doppelt so viel zahlt wie Angestellte. Und Angestellte zahlen schon wahnsinnig viel. Und als Künstler und Publizist hast du da einen riesengroßen Vorteil. Du hast zwar keinen Arbeitgeber, du hast aber eine Institution, die dir trotzdem die Hälfte deiner Sozialversicherungsbeiträge zahlt. Und das ist die Künstlersozialkasse. Und das klingt natürlich erstmal nach einer riesengroßen Kostenposition. Wie bezahlt sich das eigentlich? Also wie werden denn sonst deine Beiträge gezahlt? Wer ist eigentlich diese Künstlersozialkasse? Und woher kommen diese Gelder? Als Künstler oder Publizist zahlst du, habe ich schon gesagt, 50% deiner Beiträge selbst. Und zwar mit deiner Überweisung oder deiner Abbuchung an die Künstlersozialkasse. 20% deiner Sozialversicherungsbeiträge werden von den Staat bezuschusst, also Steuerzuschüsse. Und 30% werden finanziert über eine Künstlersozialabgabe. Was ist das eigentlich? Alle Unternehmen, die Künstler beschäftigen, müssen an die Künstlersozialkasse on top auf die Rechnung, die sie von diesen Künstlern bekommen, Gelder zahlen. Und zwar die Künstlersozialabgabe. Kleiner Funfact an dieser Stelle. Ich habe tatsächlich in meiner Arbeit als Steuerfachangestellter in meiner Ausbildungskanzlei wirklich Tage, Wochen damit verbracht, für Konzertveranstalter, Veranstalter von Theaterstücken und so weiter, diese Beiträge auszurechnen. Und zwar rechnet man da alle Rechnungsbeträge, die diese Unternehmen zahlen an Künstler, die dann in der Künstlersozialkasse versichert sind, die rechnet man alle zusammen. Und basierend auf diesen Beträgen wird die Künstlersozialabgabe gezahlt. Das heißt, wenn du Künstler bist, zahlt dein Auftraggeber dir nicht nur deine Rechnung, sondern zahlt auch noch einen Beitrag an die Künstlersozialkasse. Und darüber wird wiederum 30% deiner Sozialabgaben für die Rentenversicherung, Krankenversicherung und Pflegeversicherung bezahlt. Und das Ganze klingt ja wahnsinnig attraktiv. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, wer darf das eigentlich? Also wer darf eigentlich in die Künstlersozialkasse eintreten? Und der erste Punkt ist, wird dich wenig überraschen, du musst Künstler oder Publizist sein. Hier vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis. Und auch um Irrtum, den ich so häufig lese. Und zwar gibt es ja auch im Steuerrecht eine Definition von einem Künstler. Und zwar bei der ganzen Frage, ob du gewerblich oder freiberuflich tätig bist. Ich habe übrigens da schon mal ein sehr ausführliches Video aufgenommen, wann Künstler gewerblich tätig sind und wann freiberuflich nach dem Einkommenssteuergesetz. Also für die Klassifizierung zwischen gewerbetreibend und freiberuflich. Wenn du das Video nicht verpassen möchtest, dann klick unbedingt einmal oben rechts. An dieser Stelle ganz wichtig, die Künstlersozialkasse hat eine eigene Definition. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das Finanzamt sagt, du bist kein Künstler, du bist Gewerbetreibender. Und die Künstlersozialkasse sagt trotzdem, du bist Künstler. Das heißt, für die Künstlersozialkasse gilt natürlich die Definition für die Künstlersozialkasse. Und nicht die vom Finanzamt. Das ist nur ganz wichtig, das eine bedeutet nicht automatisch auch das andere. Und dann musst du als Künstler selbstständig sein. Und du musst auch nachhaltig selbstständig sein. Das ist, glaube ich, relativ logisch. Du darfst nicht angestellt sein für die Künstlersozialkasse, weil dann zahlt ja auch dein Arbeitgeber die Hälfte der Sozialversicherung. Dann brauchst du die Künstlersozialkasse gar nicht. Und nachhaltig bedeutet, du musst tatsächlich auch ein Geschäftsmodell darauf aufbauen. Wenn du jetzt nur einmalig einen Auftritt hast, weil du, keine Ahnung, künstlerische Darbietung, Musik zum Beispiel machst, und das nur einmalig machst, aber nicht dauerhaft, ja, dann qualifizierst du dich auch nicht für die Künstlersozialkasse. Und dann bist du aber auch nach dem Steuerrecht übrigens gar nicht selbstständig, wenn du dann nur einen einmaligen Auftritt hast. Also es braucht eine gewisse Nachhaltigkeit. Und tatsächlich auch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Und die Ernsthaftigkeit wird bemessen in Form von deinem Gewinn. Das heißt, für die Künstlersozialkasse brauchst du ein Mindestgewinn. Und zwar ein Mindestgewinn von 3.900 Euro pro Jahr. Das heißt, wenn du unter 3.900 Euro pro Jahr Gewinn machst mit deiner künstlerischen Tätigkeit, dann bist du ja nicht qualifiziert für die Künstlersozialkasse. Das heißt, du hast ein Mindesteinkommen, aber es gibt tatsächlich auch eine Deckelung nach oben. Weil die Künstlersozialkasse möchte halt Künstler fördern und nicht große Unternehmen oder Studios oder Agenturen, die kreativ arbeiten. Sondern es geht wirklich darum, Künstler zu fördern. Und nach oben ist die Grenze aber nicht anhand des Umsatzes oder Gewinn bemessen, sondern anhand der Angestellten. Du darfst, wenn du in der Künstlersozialkasse versichert bist, maximal einen sozialversicherungspflichtigen Angestellten haben. Also ausgenommen sind Minijobber oder auch Auszubildende. Und sobald du mehr als einen sozialversicherungspflichtigen Angestellten hast, kannst du nicht mehr in der Künstlersozialkasse versichert sein. Weil dann bist du auch irgendwann ein Unternehmen und nicht mehr der Künstler. Und auch ganz wichtig, du musst deine künstlerische Tätigkeit im Inland, also in Deutschland ausführen, um quasi qualifiziert zu sein für die Künstlersozialkasse. Und wenn du all diese Voraussetzungen erfüllst, dann kannst du einen Antrag stellen bei der Künstlersozialkasse auf Mitgliedschaft. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, die Künstlersozialkasse muss dich nicht aufnehmen. Wir haben in Deutschland ja verschiedene gesetzliche Pflichten. Zum Beispiel die Verpflichtung, Steuern zu bezahlen. Die Verpflichtung, in der Krankenversicherung versichert zu sein. Du hast aber nicht das Recht, auch in der Künstlersozialkasse anerkannt zu sein. Das heißt, du stellst einen Antrag und die Künstlersozialkasse prüft dann tatsächlich den Antrag und kann nicht annehmen, muss sie aber nicht. Und was musst du eigentlich in diesen Antrag schreiben? Also wie sieht so ein Antrag eigentlich aus? Du findest natürlich alle Informationen auf der Webseite der Künstlersozialkasse. Die verlinke ich dir auch einmal unten in der Videobeschreibung. Und das Wichtigste oder Zentralste, was du erstmal ausfüllen musst, ist ein Fragebogen. Wie es halt so ist bei solchen Behörden. Und zwar genauer gesagt den Fragebogen zur Prüfung der Versicherungspflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. Den füllst du einmal aus. Und zusätzlich musst du deinen Personalausweis in Kopie hinschicken. Du musst nachweisen, dass du eine Krankenversicherung hast. Die brauchst du ja sowieso in Deutschland. Du hast eine Krankenversicherungspflicht. Das heißt, du musst krankenversichert sein. Ich möchte zu dem ganzen Thema Krankenversicherung jetzt auch nicht so viel erzählen. Ich habe schon mal ein separates Video aufgenommen zum Thema Krankenversicherung für Selbstständige. Und das gilt natürlich für dich grundsätzlich auch, wenn du Künstler bist. Und klick einmal hier oben rechts, wenn du dieses Video anschauen möchtest. Du kannst dir aber schon mal merken, du zahlst nur die Hälfte der Beiträge, wenn du in der Künstlersozialkasse bist. Aber du brauchst eine Krankenversicherung. Und auch die Höhe der Beiträge, die berechnet sich grundsätzlich identisch. Und dann brauchst du einen Tätigkeitsnachweis. Das heißt, du musst einmal deine Tätigkeit beschreiben und du musst es auch nachweisen können. Nachweisen können in Form von Rechnungen, Verträgen und tatsächlich auch Kontoauszügen. Es reicht dir nicht, wenn du eine theoretische Vereinbarung hast, du damit aber nie Geld verdienst. Und ja, da gibt es dann unterschiedliche Ausschüttungen, zum Beispiel von der GEMA oder halt Verträge und dann Überweisungen. Und die musst du auch nachweisen können. Und du musst jetzt nicht alle Kontoauszüge der KSK gegenüber veröffentlichen. Du darfst sie auch schwärzen. Also alles schwärzen, was halt nicht relevant für die KSK ist. Und dann kannst du das Ganze nachweisen. Und beim Thema Tätigkeitsnachweis ist es, ja, ich würde mal sagen, auch wichtig, dass du hervorhebst, dass du tatsächlich künstlerisch kreativ tätig bist. Denn ganz viele Künstler haben, ich würde mal sagen, eher so eine Mischform der Selbstständigkeit. Die sind zwar künstlerisch tätig, die sind aber auch gleichzeitig, ja, nicht künstlerisch tätig. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel Webdesigner bist und dann designst du natürlich Webseiten, also du machst das optisch schön, das Arrangement, die Schrift, die Bilder, das generell, das Aussehen, das, was man als Designer halt so macht. Was viele Webdesigner aber auch machen, ist die technische Umsetzung der Webseite, die Funktionalität, das Programmieren teilweise, das Installieren von irgendwelchen Content Management Systemen, von irgendwelchen Plugins und so weiter. Und unter Umständen auch die laufende Wartung. Und natürlich ist die technische Umsetzung einer Webseite und die technische Wartung keine künstlerische Tätigkeit. Das ist eine sehr technische Tätigkeit. Und diese sehr technische Tätigkeit ist, ja, keine künstlerische Tätigkeit und damit nicht förderungsfähig durch die Künstlersozialkasse. Und in deiner Tätigkeit als Künstler, wenn du in der Künstlersozialkasse Mitglied sein möchtest, muss natürlich, ja, das Künstlerische muss da im Mittelpunkt stehen. Und deswegen ist das bei dieser Tätigkeitsbeschreibung und den Tätigkeitsnachweisen unglaublich wichtig, dass du tatsächlich wirklich auch künstlerisch tätig bist. Und mein persönlicher Hinweis und Rat wäre für dich, dass das auch dein Ziel ist, dass du in dieser künstlerischen Ecke bleibst. Weil wenn du eigentlich etwas anderes machen möchtest und eigentlich mehr Webseiten programmieren möchtest, AB-Tests fahren möchtest, die einfach SEO optimieren möchtest und das auch dein Ziel ist, dann brauchst du dich vielleicht gar nicht mit der Künstlersozialkasse beschäftigen, weil dein Geschäftsmodell eigentlich von vornherein auf was ganz anderes ausgelegt war. Und hier solltest du auch wirklich ehrlich sein. Es bringt dir nichts, wenn du hier die Wahrheit bis aufs Äußerste biegst, einfach nur um irgendwie in den Genuss der Vorteile der Künstlersozialkasse zu kommen. Das bringt dir nichts, denn die Künstlersozialkasse führt tatsächlich regelmäßig Tests durch. Und dann schaut sich die Künstlersozialkasse auch die letzten Jahre an. Und wenn in so einem Test herauskommt, dass du doch nicht so künstlerisch bist, wie du angegeben hast, dann fliegst du tatsächlich rückwirkend aus der Künstlersozialkasse raus. Und rückwirkend bedeutet, du musst für die entsprechenden Jahre die 50% Sozialversicherung nachzahlen, die die KSK für dich übernommen hat. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du müsstest für drei oder für vier Jahre 50% deiner gesamten Sozialversicherungsbeiträge nachträglich zahlen, dann kannst du dir vorstellen, dass das finanziell eine riesengroße Herausforderung ist und für viele Leute und für viele Selbstständigkeiten auch das ausbedeuten kann. Deswegen ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, übertreibe hier nicht, bleib bei den Fakten, belüge dich selbst nicht und belüge die KSK sowieso nicht. Und mit all diesen Unterlagen, Informationen und Dokumenten, die sammelst du dann einmal und schickst sie dann als Antrag an die Künstlersozialkasse. Und die Künstlersozialkasse bearbeitet dann deinen Antrag. Und für dich heißt es jetzt erstmal warten. Und dann nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten bekommst du eine Antwort von der Künstlersozialkasse mit einer Genehmigung oder halt einer Ablehnung. Der Vorteil hier ist, wenn du eine Genehmigung bekommst, dann gilt die auch rückwirkend ab dem Zeitpunkt deines Antrags und nicht erst ab dem Zeitpunkt der Genehmigung. Das heißt, du hast unter Umständen in der Zwischenzeit ja schon Beiträge gezahlt für die Krankenversicherung, für die Rentenversicherung. Und dann bekommst du tatsächlich die Beiträge anteilig auch erstattet für diese Zeiträume. Und jetzt habe ich so viel über Beiträge gezahlt, dass wir uns das Ganze mal ganz konkret anschauen. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret anhand eines Beispiels? Wie viel musst du eigentlich an die KSK bezahlen? Denn du zahlst einen monatlichen Beitrag an die Künstlersozialkasse für die Rentenversicherung, die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung. Und die KSK sammelt das Geld von dir, packt nochmal das gleiche drauf. Also 50% von dir, 50% von der KSK und verteilt dieses Geld dann an die entsprechenden Stellen. Und die Höhe der Beiträge richtet sich nach deinem Einkommen. Das wird dich jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig überraschen. Das ist nämlich bei Angestellten und allen anderen Selbstständigen auch so, dass die Höhe der Beiträge für die Sozialversicherung sich danach richten, wie viel du verdienst. Also das sollte dich eigentlich nicht überraschen. Und gehen wir einfach mal davon aus, dass ich Künstler bin und ich in diesem Jahr 20.000 Euro verdiene. Wie viel muss ich dann eigentlich an die Künstlersozialkasse zahlen? Und schauen wir als erstes mal die Rentenversicherung an. Der aktuelle Rentenversicherungssatz beträgt 18,6%. Aber ich zahle als Künstler ja nur die Hälfte an die KSK. Das heißt, die Hälfte von 18,6% sind 9,3% und 9,3% von 20.000 sind 1.860 Euro. Das heißt, ich zahle pro Jahr 1.860 Euro für die gesetzliche Rentenversicherung an die KSK. Aber ich zahle meine Beiträge ja monatlich. Also teile ich einmal die 1.860 durch 12. Und das sind 155 Euro im Monat für meine Rentenversicherung. Und dann natürlich auch die Krankenversicherung. Wie gesagt, ich habe schon mal ein separates Video zur Krankenversicherung aufgenommen. Deswegen mache ich das ganze Thema Beitragssätze für die Krankenversicherung jetzt hier nicht so groß. Wir gehen davon aus, dass ich 14,6% von meinem Einkommen für die Krankenversicherung zahlen muss. Und natürlich auch von diesen 14,6% nur die Hälfte. Also 7,3%. Das heißt, ich zahle 7,3% von meinem Einkommen, also von 20.000 Euro, an die Künstlersozialkasse pro Jahr. Das bedeutet, ich zahle pro Jahr 7,3% mal 20.000 sind 1.460 Euro pro Jahr. Durch 12 sind 121,67 Euro pro Monat, die ich für die Krankenversicherung an die KSK zahle. Das ist aber nicht alles, denn alle Krankenkassen erheben noch einen krankenkassenspezifischen Zusatzbeitrag. Das heißt, diesen Krankenkassenzusatzbeitrag. Der variiert von Krankenkasse zu Krankenkasse. Deswegen kann ich ihn nicht so pauschal annehmen. Aber davon zahlt mir die KSK auch die Hälfte. Das heißt, von diesem Krankenkassenzusatzbeitrag zahle ich auch die Hälfte an die KSK. Übrigens, wenn der dir zu hoch ist, dann lohnt es sich unter Umständen mal Krankenkassen zu vergleichen. Denn da gibt es durchaus sehr große Unterschiede. Und vielleicht hilft bei dir ja auch einfach der Wechsel der Krankenkasse. Und zu guter Letzt zahlt die KSK auch meine Pflegeversicherung. Beziehungsweise die Hälfte davon. Die Pflegeversicherung ist ehrlicherweise noch komplizierter mit dem Beitrag setzen. Denn da gibt es einen Unterschied, je nachdem wie alt du bist und ob du Kinder hast oder nicht. Wenn du beispielsweise 35 bist und Kinder hast, dann zahlst du 3,4% für die Pflegeversicherung. Wenn du keine Kinder hast, zahlst du 0,6% mehr, also 4%. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich Kinder habe und 35 bin. Also nehme ich 3,4%. Davon zahlt die KSK auch die Hälfte, also 1,7%. Und ich selber zahle also 1,7% von 20.000, sind 340 Euro pro Jahr. Durch 12, weil ich ja monatlich zahle, sind 28,33 Euro, die ich pro Monat an die KSK für meine Pflegeversicherung bezahle. Das heißt, insgesamt zahle ich auf mein Einkommen 18,3% an die KSK, abhängig von meinem Einkommen. Jetzt hier 20.000 Euro. Das heißt, du als Künstler zahlst du ungefähr 18-20% deines Einkommens an die Künstlersozialkasse. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja und wie ist das eigentlich? Ich weiß ja gar nicht, wie viel ich dieses Jahr verdiene. Ist ja schön und gut, 20.000 Euro so als Beispiel zu nehmen, aber wer sagt mir denn, wie viel ich dieses Jahr verdiene? Und ganz ehrlich, das kann ich dir auch nicht sagen. Das kann dir die KSK nicht sagen und ich weiß, dass du es auch nicht wissen wirst. Das weiß man, wenn man selbstständig ist, halt nicht. Man weiß nicht, wie viel man verdient. Bei der KSK läuft das aber grundsätzlich anders, als es beim Finanzamt und bei der Krankenversicherung läuft. Denn normalerweise ist es bei all diesen Beitragssätzen ja so, dass du ja am Anfang auch erstmal schätzt, zum Beispiel bei der Steuer im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung und dann werden Vorauszahlungen festgesetzt und diese Vorauszahlungen zahlst du und dann gibt es irgendwann einen Steuerbescheid und dieser Steuerbescheid ist so eine Art Schlussabrechnung und gibt es eine Nachzahlung für dieses Jahr, was in der Vergangenheit liegt, oder halt eine Erstattung, wenn du zu viel gezahlt hast. Genauso ist es bei der Krankenversicherung. Da sagst du auch, ich verdiene jetzt 20.000 Euro und dann verdienst du tatsächlich 30.000 Euro und dann gibt es eine Nachzahlung. Oder du hast nur 10.000 Euro verdienst und dann gibt es eine Erstattung. So ist das bei der Steuer und bei der Krankenversicherung. So ist das aber nicht bei der KSK. Und ehrlicherweise finde ich das sogar viel besser, dass es bei der KSK nicht so ist. Bei der KSK schätzt du am Anfang zwar auch dein Einkommen, also dein Gewinn, es gibt aber keine Endabrechnung. Das heißt, du hast keine Nachzahlung und du hast auch keine Erstattung, sondern du kannst dich denn darauf verlassen, dass das, was du angegeben hast und diese Beiträge, die so berechnet worden sind, dass das deine tatsächlichen Beiträge sind. Und es gibt keine fette Nachzahlung am Ende. Das heißt, du kannst hier rechtlich sicher sein, du kannst vernünftig kalkulieren, weil du nicht Angst vor einer dicken Nachzahlung haben musst. Und das ist meiner Meinung nach ein riesengroßer Vorteil. Aber das Ganze öffnet natürlich jetzt so aus den Augen der KSK die Tür sperrangelweit für Betrug. Weil du könntest jetzt ja systematisch einfach zu wenig Einkommen ansetzen und dadurch deine Sozialversicherungsbeiträge reduzieren. Wenn es sowieso nie eine Endabrechnung gibt, dann könntest du das ja machen. Und an dieser Stelle möchte ich dir dringend davon abraten. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund. Unterm Strich bescheißt du dich damit selbst. Wir reden hier ja über deine zum Beispiel Altersabsicherung. Und deine Altersabsicherung wird dir zu 50% gezahlt. Und wenn du jetzt sagst, du verdienst ja viel weniger, dann zahlst du halt auch viel weniger in deine Altersabsicherung ein. Das heißt, wenn du jetzt hier bewusst falsche Angaben machst und dein Einkommen systematisch zu niedrig ansetzt, dann bescheißt du dich unterm Strich selbst. Und zweitens weiß die Künstlersozialkasse natürlich, dass die Gefahr besteht. Und deswegen gibt es ja auch diese routinemäßigen Kontrollen. Und wenn da auffällt, dass du systematisch dein Einkommen zu niedrig einschätzt, dann gibt es erstens Bußgelder. Und zwar gar nicht so knapp. Diese Bußgelder können in die Tausende Euro gehen. Und im schlimmsten Fall fliegst du einfach aus der Künstlersozialkasse raus. Und ganz ehrlich, ich glaube, das möchtest du eigentlich gerne vermeiden. Wichtig ist also, dass du möglichst genau schätzt. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit, meiner künstlerischen Tätigkeit, bin ich davon ausgegangen, dass ich in diesem Jahr 20.000 Euro verdienen werde. Und dann habe ich am Ende 25.000 Euro verdient. Dann ist das schön. Das führt aber nicht dazu, dass ich eine Nachzahlung habe. Aber ich mache einmal im Jahr eine neue Schätzung. Das heißt, ich muss mein Einkommen nachweisen aus dem vergangenen Jahr. Es gibt zwar keine Endabrechnung, aber ich muss eine Schätzung abgeben für das kommende Jahr. Und basierend auf meiner neuen Schätzung für das nächste Jahr werden dann die Beiträge für das nächste Jahr festgesetzt. Und wenn ich jetzt in diesem Jahr 50.000 Euro verdient habe, dann ist es vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich, wenn ich für nächstes Jahr sage, jetzt erwarte ich 10.000 Euro. Wieder 10.000 Euro. Das wird irgendwann unrealistisch. Und natürlich provozierst du durch sowas ja natürlich auch eine Prüfung. Zusammengefasst kann man also sagen, die Künstlersozialkasse ist für viele Künstler und Publizisten in Deutschland eine, ja wirklich echte Entlastung, weil 50% der Sozialversicherungsbeiträge übernommen werden. Und ich persönlich finde tatsächlich, das Geld kommt da auch bei den richtigen an. Denn Künstler sind ja diejenigen, die ganz häufig das Leben auch lebenswert machen. Und ich finde das gut, dass die im Sozialversicherungsrecht ja so eine gewisse Sonderstellung erleben. Denn es ist in der Praxis schon so, dass es zwar ein paar wenige Ausnahmen gibt von Künstlern, die super gut verdienen, aber ganz, ganz, ganz viele Künstler und Musiker und darstellende Kunst und so weiter, die, ja, die sind so eher so am Existenzminimum. Und kein Künstler ist Künstler geworden, um sich die Taschen voll zu machen, sondern alles kommt aus einem kreativen Drang, aus einem, ja, aus einem Bedürfnis, die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Und ich finde, diese Regelung finde ich hervorragend. Aber ich habe bei der KSK tatsächlich immer so ein klein bisschen Bauchschmerzen. Und zwar aus einem Grund. Und zwar ist die gesetzliche Rentenversicherung mit Sicherheit für Leute, die jetzt zum Beispiel so alt sind wie ich, nicht die beste Form fürs Alter vorzusorgen. Es gibt viele Möglichkeiten, für das Alter vorzusorgen. Als Angestellter hat man nicht ganz so viele Möglichkeiten. Wenn man sich aber selbstständig macht, dann kann ich mich entscheiden, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, mich selbst mit Vermögensaufbau zu beschäftigen, private Versicherungen abzuschließen oder ETFs zu besparen oder Immobilien zu kaufen. Ich habe viele Möglichkeiten, quasi für das Alter vorzusorgen. Und wenn du Künstler bist, in der KSK, hast du diese Möglichkeiten halt nicht mehr. Dann bist du in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert. Und ganz ehrlich, die gesetzliche Rentenversicherung ist wahrscheinlich bei all den Möglichkeiten, wie man sich fürs Alter absichern kann, die finanziell wahrscheinlich nicht attraktivste Möglichkeit. Wir werden es alle erst erfahren, wenn wir in dem Alter sind. Aber es gibt einige Indizien, dass die gesetzliche Rentenversicherung, das ganze System, ja nicht mehr so richtig gut funktioniert. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn du als Künstler in der KSK bist, bist du halt auch in der gesetzlichen Rentenversicherung. Okay, du bekommst 50% der Beiträge gezahlt, dann kann sich das Ganze unterm Strich vielleicht auch doch noch lohnen. Aber das ist immer für mich so ein kleiner Minuspunkt bei der KSK. Hast du zu dem ganzen Thema soziale Absicherung für Selbstständige oder Künstlersozialkasse noch Fragen? Dann schreib mir einen gerne einen Kommentar unter diesem Video. Das war jetzt ja eher so ein Grundlagenvideo. Und ich gehe gerne noch auf spezifische einzelne Aspekte von Sozialversicherungen oder der Künstlersozialkasse ein. Dann lass es mich gerne wissen und dann drehe ich die Videos abhängig von euren Fragen. Und wenn du Hilfe brauchst beim Rechnungsschreiben, beim Bankkonto, bei Buchhaltung, bei egal was, suchst einen Steuerberater, du brauchst irgendwo Hilfe, dann schau dir unbedingt mal meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung an. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Oder du schaust dir einfach direkt eins unserer anderen Videos an. Da gibt es nämlich viel zu entdecken rund um die Themen Finanzen, Buchhaltung, Steuern und so weiter. Zum Beispiel das hier oder das hier.